So viel zum Thema. Um 9 Uhr treffen wir uns. Wir sind alleine hier. Also es sieht im Moment so aus. Wir haben noch zwei Minuten vor 9 Uhr. Achso, zwei Minuten vor 9 Uhr. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Aber wir haben ja ein relativ tolles Auto. Nur von der falschen Marke irgendwie. Ja, genau. Zensier mal. Ist ja in sich schon eine sehr geile Karre. Ich freue mich auf Sonntag. Wie gesagt, bis jetzt ist nur der Langhammer-Clan da. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der Rest da ist. Wie jedes Jahr habe ich die Kamera. Wird wieder witzig. Viel Spaß. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020